Da muss man das Haar so hinterher hauchen, ne? Lenny, hallo Lenny, sei vergrüßt. Inel, Inel, Toni, Inot. Lustig, ey, manche sind dann immer ganz schnell weg. Oliver, Revilo, Revilo. Dann gehen die ganz schnell weg, die anderen, glaube ich, Angst. Matthias, Saitam, Saitam, du auch sei vergrüßt. Und dann kommen sie manchmal kurz danach wieder, das ist schon mal lustig, ne? Die kriegen dann wahrscheinlich erstmal einen kleinen Kulturschock, von Odoo meistens lebt, ne? Würde ich ja wahrscheinlich auch kriegen, ne? Aber dann sind sie neugierig und dann gucken sie dann doch nochmal, ne? Ja, schön, oder? Pablo, olpap, olpap. Marianne, Önayram. Ah, die habe ich schon mal für den Fernsehen auch gemacht. Ist das nicht, glaube ich, sogar das fixierte Video, was ich habe? Ja, 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 ja. So, ich würde sagen, ich muss jetzt mal bei anderen Dingen gucken. Ich, vielleicht mal die Haare nochmal schön machen oder so, alles egal. So ist man wenigstens authentisch, so fühle ich mich immer am verwolsten. So, dann würde ich sagen, ey, ihr könnt natürlich, wie gesagt, auch in den Kommentar... Justice im夏! Dann geht es mal auf 아ster Spann, dann freut das Parst. So, dann gehen wir mal hierüber und dann gehen wir zum полen, in der nächsten Mal Augen hinbez entstehen. So, dann gehen wir bitte mal auf.